Bei wie viel sind wir gestorben, Brian? Hallo, Brian? Bist du noch da? Oh mein Gott, ich hab Angst, dass er disconnected ist. Noah? Hey Freunde, Fix hier! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Sky Wars 100er KD. Heute zusammen mit... Types Toby nicht! Hallo, Brian! Just a prank, Alter! Hi, ich bin auch am Start. Wir sind in Folge Nummer 13. Neue Aufnahmesession und es ist noch nichts online. Nice, Alter! Deswegen kann ich noch keine Begrüßung vor euch nehmen, aber ist ja wurscht, Leute, ist ja wurscht. Kommst du mit dir wieder, Fix? Ich sortiere ganz schnell. Ich hab Eisenbrust und Goldhose, Goldschuhe und Eisenhelm. Aber ich komme. Und wir haben einen Zuschauer von mir hier in der Runde. Und zwar Lena Place. Lena Place hat noch meinen alten Skin. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Vielleicht siehst du ja das Video hier. Ich würde mich so freuen. So, hier ist eine Werkbank, schau mal. Oh, nice. Okay, dann brauche ich... Hier sind für dich Eier noch für dich. Schuhe und Helm mache ich mir. So, perfekt. Dann ist das schon mal sehr schön. Und dann würde ich sagen, lass mal gleich Kills machen, weil es sind nicht so viele Leute hier. Oh mein Gott. Hol die dir. Das ist meine. Bam, Alter! Pew, pew, pew! Und der hat noch eine Pearl gehabt. Hast du eine Perle? Ich hab eine Perle, ja. Dann lass mal tauschen. Bitteschön. Und wir haben jetzt die 70er KD-Fix. So, perfekt. Also, yo! Wahrscheinlich, Leute! 70 KD-Fix. Oh, das ist der Stetsz. Junge, wie krass ist das denn, Leute? 70er KD schon. Und wir sind in Folge 13. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir letztes Mal dazu gebraucht haben. Ich weiß auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall crazy, Leute. Es ist richtig crazy. Es sind hier leider nicht so viele Spieler. Egal, aber hier ist einer, der e-bimmt. Weil es gerade relativ früh ist. Okay, Brian. Bin dabei. Ja, ich log den. Gönn dir. Gönn dir. Ciao! Tschüss! Ich wollte seine Schuhe haben. Kombo seinen Vater, ey! Okay. Die Inseln sind gar nicht gelootet teilweise. Jaja, da drüben ist wahrscheinlich auch nicht gelootet. Weil die Runde war nicht voll. Es waren nur 14 von 24. Ja, aber wir nehmen viel zu früh auf. Ja, es tut mir leid, Alter! Leute, geht nicht in die Schule. Spielt Minecraft. Ja, Leute. Geht nicht in die Schule. Spielt lieber Skywars in der Früh. Das ist viel sinnvoller, ey. Vor allem, wenn ihr das Video hier seht, ist wahrscheinlich die 100er KDs schon fertig gedreht. Was? Jo. Oder nicht? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, ich habe ein bisschen Schiss, ne? Lass mal suchen, wo die anderen Gegner sind. Dann wenigstens noch so ein, zwei Kills machen. Stell mal vor, ich mache in dieser Runde jetzt auch noch fünf Kills, Alter. Das wäre ja krass. Ich habe jetzt zwei. Bei wie viel sind wir gestorben, Brian? Hallo, Brian? Bist du noch da? Oh mein Gott. Ich habe Angst, dass er disconnected ist. Noah? Okay, okay. Er kann wahrscheinlich gerade nicht reden. Alter Fuck. Oder ist er disconnected? Ich weiß es nicht. Er schreibt auf jeden Fall nur Ja. Leute, ich schau mal, was ich kann. Bin da. Okay, Brian. Komm in die Mitte. Ähm. Da war ein Gegner. Oh, die kämpfen. Okay, okay, okay. Okay, okay, Brian. Leute, was ist los, Alter? Brian hat wahrscheinlich gerade unerwartet Besuch gekommen. Jetzt muss ich alleine hier den Shit rocken. Ich bin da. Aber, oh, nice. Wo bist du? Hier, bei mir. Oh, bei dir. Da sind drei Gegner. Jawohl, ich sehe dich, Alter, hinten. Pearl dich weg. Lena Place ist auch da. Ich staub mich den ab. Einen habe ich. Es ist ein Gap, es ist ein Gap. Ich habe schon ein Gap. Es ist noch ein Gap. Ah, ich habe kein Wasser. Fuck, sonst könnte ich damit runtergehen. Warte, ich bin... Einen habe ich gekillt, auf jeden Fall. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Warte, 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 warte. Ah, scheiße. Lass mal hier sprengen. Okay. Ähm, jo. Machst du? Ja, klar. Okay, go, go. Ja, komm, ich leg noch drei. So, aber weg, Alter. Ich habe richtig viel gesetzt. 20 Stück oder so. Okay, nice. Die sind beide gestorben. Also, jawohl, Alter. Fixes Tischi. Einer lebt nur. Ich habe jetzt drei Kills gemacht. Mitte, Mitte, Mitte. Ist der in der Mitte? Ja. Okay, warte, ich komm. Oh, ich könnte auch perlen. Was hat der für Quip? Nein. Ich habe zwei Pearls. Tigger. Er ist Full-D. Ah, okay, okay. Aber ich will unbedingt den Kill, Alter. Dann haben wir vier Kills. Ich glaube, dann haben wir den Rekord von der letzten Staffel geknackt, Alter. Wir haben letzte Staffel, glaube ich, 73 Kills gehabt, oder? Ich glaube, 74. Okay, nice, nice. Er hat gelitten, Alter. Oh mein Gott. Mach die Labe weg. Wie er nicht stirbt. Als ob, Alter. Oh mein Gott. Wie viel er ausgehalten hat. Hast du das gesehen? Junge. Ich habe eine Stunde auf den drauf geschlagen. Leute, wir haben 73 Kills, Alter. Junge, Junge. 73, 0. Folge Nummer 13 ist vorbei. Mal wieder eine kurze Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Spielt in der Früh Skyros, dann trefft ihr mich vielleicht. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge der Minecraft Skyros 100er KD. Und zwar morgen früh. Oh shit, Alter. Bis dann. Tschüss.